ich gehe mal oben ein bisschen vor ich glaube auch das ist die beiden waren die was gesmoked haben aber ich weiß es nicht doch gern wissen wie die uns schon wieder so gut gespottet haben einer ist close vor mir der kommt zu mir gepusht oh warte ich kann dir nicht helfen bis jetzt so jetzt jetzt kann ich ein bisschen machen doch oben auf dem ganz großen hochhaus ist einer der guckt gerade sie sehen auf dem dach tanzen jetzt ist er reingegangen welches hochhaus meinst du die das ganz große also da war der oben oder weiß und hat getanzt was wir hatten jetzt rumgesprungen ausgewichen vor meinen schüssen jetzt ist er unten drin unten rechts im fenster ja der hat schon auf mich gescoutet hier aber ganz oberste etage jetzt guckt er nicht mehr durch der hat gerade jemanden gekillt und ich habe ihn gekillt durchs fenster durch links hier links wer hat er den berg hoch ja ja vor uns da kämen warte warte was da sind noch hart gehettet man ich hab's gesehen wie viele hits hat er bekommen für was ich die akm immer noch nicht gut finde ist für leute aus dem auto zu springen ja das stimmt ja und das k viel viel besser ansonsten ist der akm wirklich strong ich glaube mal ob die angehalten haben ich glaube nicht oder der ist doch hier weiter richtung 50 nilke hat einen ausgenockt währenddessen er auch noch war ich habe nur eine smoke hast du eine nate oder so zum werfen ich habe eine ja ich werfe die gleich aber auch in die smoke irgendwie rein durchsagen liegt in der smoke und hier war neben der smoke wo ganz hinten war einer der war instant war der mit dem vektor kommen wir wieder mehr abgezogen hat mit der vektor auf die distanz dass man auf die smoke warten ich glaube einer ist in der smoke noch drin oder die haben die gekillt schon auch sein einer war instant da oder meiner war instant ja hier liegt eine leiche ah ok dann war sein mate noch nockt gut dann gehe ich mal rüber oder den anderen aber ich spiele diese run noch akm boah die haben richtig zeug dabei die haben alles die haben alles hier mann oh man oh shit und unten ja zwei leute zwei leute sind da habt ihr den linken ausgenockt einer ist one hit einer ist one hit beide der beide der mann oh war das gerade knapp man der hat noch eine kaputte dreier bei mir aber die geht eigentlich noch meine beste geht der helm wäre geil ich guck mal hier ich guck mal schnell ob die akm schuss hatten für mich die wurden einfach mal zerstört gerade weil die dachten sich hey von hinten kommen die holen wir uns ja ich habe jetzt so wenig platz im inventar und ich weiß nicht wieso granaten energies ich habe nades habe ich nur vier mit energies auch nur zehn nur zehn ich sehe zwei spieler die sehen mich auch schon 120 sind die open field gerade weit weg ja schon ein bisschen weit weg ja der trifft jeden schuss vorsicht whitey der ist one hit in die 14 ist halt so eine kack waffe man dann spiele ich die scheiße überhaupt die hätte man lieber eine m4 mitnehmen sollen die schüsse fliegen so langsam man ich kann denen zuschauen wie sie ihn nicht erwischen weil er sich einfach nur ein bisserl bewegen muss wie in der matrix waren der zwei spieler einer das waren zwei ich weiß nicht wo der zweite ist beziehungsweise weiß ich gerade gar nicht wo die leute sind einer ist hinter dem baum oh pro gamer das ist der pro gamer hast du ihn knocked? ne ne jetzt habe ich ihn knocked nice der im baum ist knocked der hintere oh ich werde von hinten abgeschossen komm zu mir komm zu mir in einem Turm in einem Turm ist der der hat glaube ich einen hit bekommen ja oh hier ist noch einer close bei mir oh nee okay ich spiele erstmal safe hier siehst du ihn? ja hatte paar hits hab ihn nice 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 der im Turm ist noch und eben die anderen zwei ne den einen den wir noch genockt hatten naja komm oben den seh ich ja ja der der macht hier ganz ganz krasse Taktiken der movt halt die ganze Zeit dieser der immer noch oben links im Turm ja hast du ihn gehatert? ne der guckt halt so richtig knapp drüber du hast ihn? nice weg mit ihm komm mal schnell seine K er hat eine K Menschenlandung war wirklich stinklangweilig man und wir hatten jetzt da hinten ein paar fights das passt gut im Hügel geht es ziemlich ab zum Wohlesberg ahja am Turm seh ich er ist in den Turm gegangen ja seh ich seh ich der ist hinten rein ins Hinterzimmer oder was die feige sau ne der ist jetzt wieder vorne hat glaube ich einen hit ich bin mir nicht sicher nein hat er nicht jetzt hat er einen hit einen Headshot sogar nice Sein Kumpel ist an der Treppe ohhhh Dode ist Dode Dode ist Dode ich hab's noch gesehen rip rip Reiko wie er einfach den Headdy kassiert so richtig gut aus Guck mal da wollte er sich schon wieder in den Turm rein campen hier ha das gibt's doch nicht wir werden alleine Schlange spielen oh nein ganz unten im Nordausten pfeitet was unten ein Container blauer Container der mittlere ja ich hab ihn kurz gesehen zwei Leute sind wir da ja ich seh die ja die pushen jetzt gerade auf uns her ohhhh ohhhh der eine hat einen Dreier schnell dass wir kommen ist ihr dein Auto bei mir wir müssen aber bevor wir uns jetzt in die Zone laufen die können wir ja abfangen normalerweise also wir werden selbst jetzt abgefangen ich glaub die laufen eher nach links ein bisschen ne glaubst du ja das sah eher so aus jetzt würden die links rein laufen unter mir schon close? no die sind nur ein Baum ich seh die nicht ich will jetzt einfach an zu singen man ich bekomm gleich nen Kollaps hier doch unten laufen die 40 40 tot mit dem Dreier ja für sowas halt die AKM kompletter Bullshit man einer ist genau unter uns Spoon ohhhh ich hab grad durch dich durch geschossen irgendwie hast du den da unter uns? ne wo ist der unter uns? keine Ahnung am Baum 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 ist tot Nordwesten ist tot du bist so eine bestie Spoon man der ist nur knocked ich seh ich seh ich seh seinen Mate der liegt da der liegt direkt daneben der ist tot du bist so eine bestie Spoon ich seh die alle nicht man ok jetzt sind noch einer noch das ist meine letzte AKM round für heute ich spiel nachher wieder sk man ja die ist nicht immer so geil ne manchmal hat man so gute Momente auch der Gegner so weit weg ist man kann nicht durchziehen und die Waffe macht die ganze Zeit so wie keine Ahnung wenn es einen Hirnschlag hätte ja einer noch der würde jetzt hier richtig schön Schlange machen der andere hat auch schon eine Schlange gemacht ich glaub ja dass der einen im Turm kennt Bro den nice sauber easy win easy win first round spoon first win easy für ja ich